Der Beef nimmt einfach kein Ende. Shoyoka hat KuchenTV abgemahnt. Jedenfalls könnte das sein, denn auf Twitter zeigt KuchenTV Teile der Abmahnung und im Stream bespricht er dann auch die Abmahnung. Er stellt aber auch die Behauptung auf, dass die Abmahnung möglicherweise fake sein könnte. Wir werfen genau einen Blick auf die Abmahnung, wir schauen was dran ist, wie gut die gemacht ist und wer am Ende einen möglichen Rechtsstreit wohl gewinnen könnte. Hallo, ich bin Christian Sohmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es in der Sache Shoyoka gegen KuchenTV weitergeht. Denn tatsächlich, es gibt einen Rechtsfall, Shoyoka gegen KuchenTV und den seht ihr hier. Vor wenigen Tagen hat KuchenTV das auf seinem Twitter-Kanal gepostet. Einschreiben, Shoyoka vs. KuchenTV APR-Verstoß, APR allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das heißt, hier geht es um Behauptungen. Und welche Behauptungen, das seht ihr auch hier. Da sieht man, das sind Teile der Abmahnung. Hier geht es darum, was KuchenTV gesagt haben soll. Offenbar geht es um ein Video, welches er damals rausgebracht hat, als Shoyoka den Computerspielepreis gewonnen hat. Ihr wisst ja, dass er der Meinung war, wie einige andere YouTuber auch, dass sie doch gar nicht spielen kann, beziehungsweise ganz andere Formate hat und deswegen nicht diesen Preis verdient hat. Aber in dem Zusammenhang sind eben Behauptungen aufgestellt worden, die jetzt abgemahnt werden. Und KuchenTV hat das in seinem Stream ausführlich behandelt und auch die Behauptung aufgestellt, das Ganze könnte fake sein. Schaue ich mir gleich an. Was nicht fake ist, leider, leider, übrigens, ist das große Facebook-Datenleck. Und da solltet ihr jetzt dringend checken, ob ihr betroffen seid. Denn sechs Millionen Deutsche sind vom Facebook-Datenleck betroffen. Falls ihr es noch nicht gecheckt habt, könnt ihr das jetzt tun über den QR-Code oder unten in der Caption. Meta hat einen riesen Datenleck und hier gebt ihr nur ganz kurz die Handynummer ein und wisst sofort, ob ihr auch zu den Betroffenen zählt und dann, immerhin Anspruch in unseren Augen, auf 1000 Euro Schadenersatz habt. Kurz checken und die Urlaubskasse vielleicht ein bisschen aufbessern. Fakt ist jedenfalls, KuchenTV zeigt sich nicht so sonderlich beeindruckt von der Abmahnung. Er geht sogar davon aus, dass die Abmahnung möglicherweise unecht sein könnte. Und deswegen schauen wir mal in den Stream rein von KuchenTV. Er hat bei Twitch abrufbar. Gucken wir rein. Viele Abmahnungen bekommen auch von ABK und so, ne? Aber das ist wirklich mit Abstand die schlechteste Abmahnung, die ich jemals gesehen habe. Also schon interessant, dass man überhaupt sagen kann, ich habe schon viele Abmahnungen bekommen von ABK und so weiter. Also er ist schon ein Profi in Sachen Abmahnungen, kennt sich aus. Aber das ist die schlechteste, die er je gesehen hat. Gucke ich mal, ob es auch die schlechteste ist, die ich je gesehen habe. KuchenTV aus Anwalt soll angeblich so reagiert haben. Okay, naja. Interessante Antwort. Sie scheinen ein gutes Verhältnis zu haben, die beiden. Ich antworte so meinen Mandanten nicht unbedingt. Aber okay, vielleicht ist die Abmahnung dann so lächerlich in Augen des Anwalts, dass da wirklich gar nichts dran ist. Wie gesagt, ich gucke mir das gleich ganz nüchtern an und sage euch, was ich von der Abmahnung halte. Hier stellt KuchenTV sogar die Frage in den Raum, ob die Abmahnung fake ist. Wir checken erstmal, ob die Abmahnung von Shoyoka fake ist. Das würde kein Anwalt der Welt so losschicken. Vielleicht eine Sache, worüber ihr vielleicht auch gestolpert seid, bin ich auch relativ schnell darüber gestolpert, ist hier die Bezeichnung Shoyoka vs. KuchenTV. Das sind natürlich nicht die echten Namen, das sind die YouTube-Namen. Kann man das so machen? Die Antwort ist, ja, jeder Anwalt kann natürlich eine Bezeichnung wählen, so wie er seine Akten führt. Es ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, dass man hier die YouTube-Namen nimmt, aber wenn man einen Mandanten eben unter Shoyoka führt und den Gegner unter KuchenTV, ist das schon in Ordnung. In einem Gerichtsprozess braucht man natürlich die echten Namen. Da kann man jetzt nicht unter solchen Fake-Namen, es sei denn, es sind eingetragene Künstlernamen, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, kann man die sozusagen nicht als ladungsfähige Anschrift nehmen. Das heißt, hier für die Bezeichnung der Sache erstmal in Ordnung. Interessant ist, dass KuchenTV etwas hier gewundert hat, nämlich, dass die Unterlassungserklärung, die abgegeben werden soll, nicht beigefügt war. Da sage ich euch gleich was. Gegenüber so eine ausreichende Strafwerte, eine Unterlassungserklärung abzugeben, in der sich dauerhaft gegen unsere Mandantin zur Unterlassung der gegenständlichen Aussagen verpflichten. Nö. Löschungsanspruch? Nö. Mir auch egal. Ja, aber die haben ja gar keine Unterlassung hinzugefügt, die ich unterschreiben kann. Also auch klug, Bruder, die haben einfach vergessen, die Unterlassung mit reinzutun. Ja, muss man sich fragen, haben die das vergessen? Nö. Man muss keine Unterlassungserklärung beifügen. Man kann sie beifügen als Anwalt. Ich muss allerdings KuchenTV recht geben. In den meisten Fällen fügt man als Anwalt, als abmahnender Anwalt, hier mahnt ja schon Jokas Anwalt ab, weil er will, dass gewisse Aussagen von KuchenTV nicht mehr getätigt werden. Und in den meisten Fällen fügt man eine Unterlassungserklärung bei. Es gibt einige seltene Fälle, in denen auch ich als abmahnender Anwalt, wenn ich jemanden abmahne, keine Unterlassungserklärung beifüge. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn man davon ausgeht, die Gegenseite will sowieso keine Unterlassungserklärung abgeben, da will ich auch keine beifügen. Ja, unwahrscheinlicher Fall. Oder wenn er nicht genau weiß, wie man sowas formuliert, das ist KuchenTVs Aufgabe, ausreichende Unterlassungserklärung abzugeben. Und wenn Jokas Anwalt nicht ganz genau weiß, wie man das macht, dann kann er es auch KuchenTV bzw. KuchenTVs Anwälten überlassen. Oder wenn man die Hoffnung hat, dass jetzt der Abgemahnte, in diesem Falle KuchenTV, eine viel zu weite Unterlassungserklärung abgibt. Das sind so Möglichkeiten, warum man selber nichts beifügt. Man kriegt dann aber nicht unbedingt das, was man will. Deswegen ist es eher ungewöhnlich, was wir machen als Anwälte. Wir geben eine Unterlassungserklärung vor. Und dann kann sich der Abgemahnte überlegen, ob er die Unterzeichnung abwandelt. Die meisten Fälle sehen so aus, zumindest wenn wir zu Recht abmahnen, dass er das kurz unterzeichnet und zurückschickt. Also insofern kann man sagen, eher ungewöhnlich. Vielleicht ist dieser Kollege, der hier die Abmahnung versteckt hat, nicht unbedingt der große Spezialist im allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das kann schon mal sein. Ja, das muss man dann im Einzelfall schauen. Aber es ist nicht komplett ungewöhnlich. Ich will jetzt auf die einzelnen abgemahnten Punkte eingehen. Die KuchenTV angeblich als unwache Tatsachen gegenüber Shuioka behauptet hat. Aber vorher müsst ihr erst mal eins verstehen. Ihr müsst verstehen, was zu unterscheiden ist. Nämlich, da gibt es Rechtsverstöße. Und wenn Rechtsverstöße gegeben sind, dann hat man auch den Anspruch, dass man künftig diese Rechtsverstöße nicht mehr begeht. Und dafür muss eine Unterlassungserklärung abgegeben werden. Man verspricht dann, ich sage das nie wieder. Ansonsten zahle ich eine dicke Vertragsstrafe von 5000 Euro oder sowas. So, den Anspruch hat man, also Shuioka hätte den, wenn KuchenTV unwahre oder unrichtige Tatsachen, Behauptungen aufgestellt hat. Unrichtige Tatsachen gibt es ja nicht, aber er hat unrichtige Tatsachen, Behauptungen aufgestellt. Und da ist die Frage, gibt es hier unrichtige Tatsachen, Behauptungen, die er aufgestellt hat? Oder gibt es nur Werturteile? Hat er also seine Meinung zu äußern? Ihr wisst, dass die Meinung, Artikel 5 unseres Grundgesetzes geschützt ist, die Meinungsfreiheit ist sehr hohes Gut in Deutschland. Und in dem Moment, wo es seine subjektive Wertung ist, wie er Shuioka wahrnimmt, dass er sie nicht gut findet, wissen wir alle. Das darf er natürlich auch weiterhin behaupten. Das wären jetzt keine unwahren Tatsachen, Behauptungen. Also muss man da die Meinungsfreiheit erstmal schützen, indem man sagt, wir müssen erstmal abgrenzen. Sind das unwahre Tatsachenbehauptungen? Tatsachenbehauptungen sind solche Behauptungen, die dem Beweis zugänglich sind. Das heißt, man kann objektiv beweisen, dass es wahr oder unwahr. Wenn ich sagen kann, heute ist es 30 Grad draußen um 12 Uhr mittags in Köln, dann kann ich schauen, das ist wahr oder unwahr. Wenn ich sage, heute ist es warm oder Bulle heiß, dann würde der eine sagen, aber 30 Grad ist noch nicht Bulle heiß. Bulle heiß ist also 40 Grad. Das wäre eher eine Meinung so. Also insofern, da gibt es Grenzen. Ja, es gibt auch mehrdeutige Aussagen. Und bei mehrdeutigen Aussagen, die man so oder so interpretieren kann, gilt immer die Interpretation, die für den Äußernden, hier KuchenTV, am günstigsten ist. So, und Meinungen sind immer frei, das ist vielleicht auch noch wichtig, also wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland. Es sei denn, sie gehen in eine Formalbeleidigung oder in eine Schmähkritik rein. Gehe ich glaube ich darauf ein, was das ist. Also erstmal müsst ihr verstehen, Tatsachen gibt es und es gibt Meinungen. Jetzt dröseln wir das alles einzeln schön auf, was hier KuchenTV vorgeworfen wird. Das Erste, was ihm vorgeworfen wird, dass er gesagt hat, sie ist eine absolut toxische Person. Gucken wir mal rein. Rechtsverletzungen. Die Bezeichnung absolut toxische Person stellt eine nicht hinnehmbare öffentliche Schmähung unserer Mandantin dar und verletzt diese in ihren Rechten. Sie ist einzig und allein als Formalbeleidigung bzw. Schmähkritik entgegen unserer Mandantin zu verstehen, die über eine zulässige Meinungsäußerung weit hinausgeht. An dieser Stelle mich Kacklappen zu nennen ist allerdings in Ordnung und legitim. So, also absolut toxische Person. Da sagt der Anwalt von Shoyoka, das ist eine Formalbeleidigung. Und da geht noch einen Schritt hier weiter. Gehe ich gleich drauf ein. Die Bezeichnung toxische Person für unsere Mandantin natürlich auch eine unzulässige, da falsche Tatsachenbehauptung da, insbesondere da die Aussage final und als Feststellung getroffen wird, ist eine absolut toxische Person. In der Bezeichnung absolut toxisch für unsere Mandantin erstellen sie ihr wahrheitswidrig gleichzeitig die folgenden Eigenschaften. Rücksichtslosigkeit, Verlogenheit, Manipulativität, herabwürdigendes Verhalten, beleidigendes Verhalten. Keiner dieser Eigenschaften trifft zu, weshalb hier drin zudem eine rechtswidrige Falschbehauptung zu sehen ist. Also da muss man sich überlegen, kann das wahr sein, dass das Wort absolut toxische Person oder die Worte eine Falschbehauptung sind? Und da muss ich sicherlich sagen, nee, man kann das jetzt nicht beweisen, ob jemand toxische Person ist. Das ist eine klare Meinungsäußerung. Also hier muss man schon mal sagen, wir sind aus der Tatsachenbehauptung komplett raus. Also wenn der Anwalt hier was sagt, das wäre eine Tatsachenbehauptung, jemand ist eine toxische Person, ist Quatsch. Das kann man nicht beweisen, ist jemand eine toxische Person oder nicht. Das empfindet jeder anders. Das ist eine subjektive Wahrnehmung von KuchenTV. Das heißt, wir sind erst einmal in der Meinungsäußerung drin. Und da habe ich euch oben gesagt, Meinungen können nur in ganz seltenen Fällen verboten werden, wenn es eine Formalbeleidigung ist. Das heißt, der Anwalt sagt jetzt, hilfsweise ist es aber eine Beleidigung. Also er sagt, das ist eine Tatsachenbehauptung und wenn es keine Tatsachenbehauptung ist, ist es aber mindestens eine Beleidigung. Das heißt, er ist sich nicht ganz sicher. Ich kann aber sagen, ich bin mir sicher, dass es keine Tatsachenbehauptung ist, das Wort absolut toxische Person. Wir sind ja Spezialisten für Persönlichkeitsrecht und wir haben ständig mit Beleidigungen zu tun. Wir haben ständig Mandanten, die im Internet angegriffen werden, die sich verteidigen müssen, die gemobbt werden, über die was behauptet wird. Und da muss man sagen, eine Tatsachenbehauptung ist das nicht. Jetzt sind wir in der Meinungsäußerung drin. Und da sage ich, naja, eine Meinungsäußerung ist erstmal eine subjektive Bewertung. Und die ist ausnahmsweise rechtswidrig, wenn es sich um eine Formalbeleidigung handelt. Hier ist auch wieder sowas, der Anwalt sagt, es ist entweder eine Formalbeleidigung oder eine Schmähkritik. Und er wirft das in einen Topf, als wenn Formalbeleidigung und Schmähkritik das Gleiche wäre. Das ist es natürlich nicht. Eine Formalbeleidigung, da geht es darum, dass man absolut missbilligenswerte, tabuisierte Begriffe, etwa Fäkalsprache, du Arschloch oder sowas sagt, das wäre eine Formalbeleidigung. Toxische Person, keine Formalbeleidigung. Das sind jetzt nicht absolut missbilligenswerte Begriffe. Toxische Person, nö. Also keine Formalbeleidigung. Das heißt, da wirft der Anwalt einfach mal was in den Raum. Formalbeleidigung, nee. Okay, dann sagt er, oder es ist eine Schmähkritik. Ja, da muss man sagen, Schmähkritik ist, wenn es nicht mehr um eine sachliche Auseinandersetzung geht und jemand nur noch herabgewürdigt werden soll. Jetzt muss man allerdings sagen, Schmähkritik, man muss sich den Kontext anschauen. Es gibt ja schon lange Beef zwischen Shuioka und KuchenTV. Und wenn er innerhalb dieses Beefes sagt, sie ist toxisch, dann ist das natürlich seine Meinung, die hier geäußert wird und ist das auch ehrlicherweise keine Schmähkritik. Also wir kommen zum Schluss. Das Wort absolut toxische Person ist keine Tatsachenbehauptung. Raus, ja. Ist eine Meinungsäußerung. Und die ist auch keine verbotene Schmähkritik innerhalb der Meinungsäußerung. Und auch keine verbotene Formalbeleidigung. Also Punkt für KuchenTV, wenn man so wollte. Aber der Anwalt hat ja noch ein paar Sachen mehr in petto gehabt. Mal gucken, was wir hier noch finden. Mandantin lässt keine andere Meinung zu. Unsere Mandantin steht seit jeher für einen Diskurs, sowohl mit ihrer Community als auch gegenüber Kritikern. Also er hat gesagt, sie lässt keine andere Meinung zu. Und das missfällt ihr und ihrem Anwalt. Das steht da. Der, also, also ich weiß nicht, das ist halt, also Bruder, die hat Bilal2k geblockt, weil der gefragt hat, ob sie Lust hätte, in ein Twitterspace mit mir und Monte zu gehen. Aber okay, also mit... Also, was hier angegriffen wird, ist die Aussage, sie lässt keine andere Meinung zu. Und sie sagt jetzt, ich lasse natürlich andere Meinungen zu. Was soll das denn? Ja, und da muss man sagen, naja, KuchenTV will natürlich damit sagen, sie hat, sie spricht sehr viel ihre Meinung, sie lässt keine Widerworte vor und er begründet es ja auch. Sie blockt Leute, die andere Meinungen sind und insofern, ja, ehrlicherweise ist das eine Meinungsäußerung und die ist nicht mal besonders abwertend gemeint, ja. Das kann man ja über jemanden sagen, er lässt keine anderen Meinungen zu. Das ist auch eine absolut zulässige Meinungsäußerung. Sehe ich auch nicht, wie man das überhaupt nur angreifen kann. Es gab noch einen weiteren, es gibt noch zwei weitere Punkte, die dort verbreitet werden. Da geht es jetzt um den Satz. In ihrem Stream ist sie oft super hetzend, hat offenbar KuchenTV gesagt. In ihrem Stream ist sie oft super hetzend. Das eine rechtswidrige Falschbehauptung, da unsere Meinung steht, persönlich für eine tolerante, gleichberechtigte und liberale Contentgestaltung und lebt diese Werk aktiv ihrer Community vor. Hetzen bedeutet im hiesigen Kontext, dass unsere Mandantin gegen jemanden oder etwas bei ihren Follower Hass hervorruft und oder diese gegen jemanden etwas auf angestachelt haben soll. Dieses Objektiv nie geschehen, weshalb die Aussage eine unwahre, rechtswidrige Falschbehauptung darstellt. Die Behauptung ist frei erfunden und allein als unsachlicher Angriff auf die Integrität unserer Mandantin qualifiziert. Also, jemand ist oft super hetzend. Und ja, das bezieht sich ja nicht auf ein bestimmtes Ereignis hier. Und es lässt sich ja gar nicht überprüfen. Das ist natürlich auch eine Meinungsäußerung. Also man kann nicht sagen, es war unwahr, ob sie hetzend ist. Er empfindet ihre Art als hetzend. Ja, und also mehr Meinungsäußerung gibt es ehrlicherweise nicht. Da brauche ich nicht großartig Klimmzüge zu machen, um das zu begründen. Keine Ahnung, wie man der Meinung sein kann als Anwalt, als dass das eine Tatsachenbehauptung sein kann, dass jemand super hetzend ist. Also, no way wird er nicht als unwahre Tatsachenbehauptung durchbekommen. Kann er auch gar nicht, ist dem Beweis einfach nicht zugänglich. Jetzt wird es ein bisschen trickier. Ja, jetzt, also jetzt würde ich mal sagen, was habe ich jetzt hier? Eins, zwei, drei, null für KuchenTV. Jetzt wird es ein bisschen trickier. Jetzt geht es darum, dass gesagt wird, er würde Rufmord betreiben. Hören wir da mal rein. Bruder, Rufmord betreibt, dass auch wieder unsere Mandanten Rufen eine Straftat begeben würde, an der sich bereits strafbar ist. Ist diese Aussage auch unwahr? Unsere Mandanten ist niemals wegen übler Nachrede oder verleutem rechtskräftig verurteilt worden. Also, da geht es darum, es wird gesagt, er hat wohl mal gesagt, sie betreibt Rufmord. So, jetzt ist Rufmord ein umgangssprachlicher Begriff. Das gibt es nicht in der juristischen Sprache, das Wort Rufmord. Ihr verwendet das vielleicht, wenn jemand jemanden verächtlich machen will oder schlecht über jemanden spricht. Üble Nachrede wäre hier beispielsweise einer der Straftatbestände, den Menschen meinen, wenn sie umgangssprachlich das Wort Rufmord benutzen. Und die Anwälte von Chuyoka sagen, naja, wenn man sagt, Chuyoka betreibt Rufmord, dann sagt man ja, sie hat eine Straftat begangen. Und sie behauptet etwas, was falsch ist. Und sie behauptet bewusst etwas, was falsch ist. Üble Nachrede begeht sie. Verbreitung dieser unwahren Tatsachenbehauptung in dem Wissen, jemanden fertig machen zu wollen. Und das ist, was man unter Rufmord versteht. Also meines Erachtens kann man darüber natürlich nachdenken, ob man dieses Rufmordbetreiben schon als Straftatenbegehen meint. Da ist so eine Grenze, wo ein Gericht sagen könnte, ja, hier stellt jemand wie KuchenTV in den Raum. Chuyoka begeht Straftaten, indem sie haltlose Gerüchte verbreitet. Aber ehrlicherweise, er hat ja auch für alles Argumente und begründet ja auch, warum er der Meinung ist. Und da hört ihr schon meine Meinung, nämlich dass er eine Meinungsäußerung tätigt. Dass sie hier unwahre Tatsachen in den Raum stellt. Also da würde ich sagen, das kann in die eine oder andere Richtung gehen, das Pendeln, wenn man das jetzt gerichtlich angreift. Aber wahrscheinlich wird auch das zugunsten von KuchenTV gehen, sodass ich erstmal sage, hier 4.0 KuchenTV. Und bei der fünften Sache, da hat er wohl gesagt, sie verbreitet Falschinformationen. Da kann man natürlich sagen, das ist dem Beweis zugänglich. Da kann man dann checken, hat sie schon mal falsche Informationen verbreitet? Und wenn er das nicht beweisen kann, hat er ein Problem. Dann kann er nämlich dafür zur Unterlassung verpflichtet werden. Das wäre dann sozusagen der, dann wäre es 4.1. Dann würde er in vier Punkten gewinnen und in einem Punkt verlieren. Aber nur, wenn das Ganze natürlich vor Gericht ginge. Denn jetzt hat er ja erstmal nur Post bekommen. Ich bin schon der Meinung, er soll darauf reagieren. Anders als nur mit einem Reaction-Video. Sondern er sollte schon mit seinem Anwalt darauf reagieren. Wird er vielleicht auch tun. Und es ist erstmal richtig, dass abgemahnt worden ist in äußerungsrechtlichen Streitigkeiten. Also es geht ja um Äußerungen und man mahnt immer erstmal ab. Ihr könntet euch übrigens freuen, wenn ihr eine Abmahnung bekommt. Ihr könnt in die Luft springen. Warum? Naja, weil er dann nicht sofort eine Klage bekommen hat. Ja, ein bisschen Koketterie. Aber natürlich ist es so, dass eine Abmahnung komplett üblich ist in diesem Verfahren. Und insofern hier daran jetzt erstmal nichts auszusetzen, ist die Machart der Abmahnung, finde ich schon eher schlecht. Das muss ich sagen. Ohne mich jetzt auf die Seite von KuchenTV hier schlagen zu wollen. Aber die Punkte, die hier angegriffen worden sind, da würde ich klar sagen, wird er höchstwahrscheinlich die Sache gewinnen. Jedenfalls fast alle. Wenn er gar nicht reagiert, könnte jetzt Shuyokas Anwalt zwei Dinge tun. Er könnte eine 1-2-Verfügung beantragen und er könnte gleichzeitig auch noch ins Hauptsachverfahren gehen. Das heißt, die 1-2-Verfügung macht man, um schnell das Ganze zu klären. Die sind ja Vorwürfe seiner Meinung nach im Raume, beziehungsweise Shuyokas Meinung nach, die raus müssen, die aus den Videos gelöscht werden müssen. Und da muss man mit einer 1-2-Verfügung ran, recht zügig und recht schnell. Wenn die das machen, dann werde ich das natürlich hier auf dem Kanal weiter beobachten. Lasst also ein Abo da, wenn ihr da dranbleiben wollt an der ganzen Thematik. Und wenn die jetzt nichts weitermachen, dann kann auch was Interessantes passieren. Dann kann nämlich KuchenTV seinerseits hergehen und mit einer negativen Feststellungsklage reagieren. Das heißt, da kann man dann behaupten, hey, ich werde hier angegriffen. Ich bin der Meinung, ich werde zu Unrecht angegriffen. Ich möchte gerichtlich feststellen lassen, dass diese Abmahnung unwirksam ist. Das heißt, er greift seinerseits an. Ist zwar eher die Seltenheit, dass sowas passiert, aber manchmal, wenn sowas im Raume steht, macht man das. Und vielleicht macht man das auch, damit man schon den Content fürs nächste Video hat. Denn das Gefühl habe ich manchmal, wenn sich Shoyoka mit Skurrus streitet oder Shoyoka mit KuchenTV, dass das Ganze hier eine riesige Content-Produktion für YouTube ist und YouTube Deutschland sich eigentlich nur noch damit beschäftigt, wer sich gerade auf YouTube Deutschland streitet. Aber gut, wir haben ja auch irgendwie an dieser Stelle mitgemacht. Aber wie könnte man schöner das allgemeine Persönlichkeitsrecht euch näher bringen als einem Streit zwischen Shoyoka und KuchenTV? Und wenn der weitergeht, liebe Leute, halte ich euch hier natürlich über den Beef zwischen diesen beiden Streithelden selbstverständlich auch auf dem Laufenden. Ich danke euch, dass ihr meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen in alter Frische schon wieder. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.